Mein Name ist Josef Benesch und ich führe diese Veranstaltung EDV-Café. Die Idee dahinter ist jene, dass man bei gemütlichem Zusammensein, bei Café und Gipfel, einige Fragen, zwei, drei Fragen stellen kann von Dingen, die man vielleicht einmal gehört hat und schon wieder vergessen hat oder wo man von Freunden, Bekannten, Familie etwas gehört hat und nicht genau weiß, wie geht denn das und was bringt mir das, beziehungsweise wo man auch vielleicht etwas probieren kann, wo man sich nicht ganz traut, es durchzuführen, wenn man alleine ist. In diesem Kurs, in dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, das zu machen und das in einer lockeren Atmosphäre, wo Sie mit Gleichgesinnten sozusagen zusammensitzen, wo auch von anderen Seiten her Fragen kommen, möglicherweise auch Fragen, wo Sie sich selbst sagen, ah, das geht auch, das ist aber interessant und so auch etwas lernen von Dingen, die Sie vielleicht selbst noch gar nicht bemerkt haben oder gar nicht gewusst haben, dass es so etwas gibt. Wie gesagt, gemütliches Beisammensein, Kaffee und Gipfel.